Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur Vorlesung Informationssysteme im Sommersemester 2020. Mein Name ist Sebastian Michel. Ich bin der Dozent dieser Vorlesung. Ich bin Professor für Datenbanken und Informationssysteme an der TU KS Lautern. Informationssysteme sind, so kann man es definieren oder interpretieren, computergestützte Programmsysteme, die mit Informationen arbeiten. Dieser Begriff des Arbeitens ist natürlich beliebig weit gefasst. Zum einen müssen diese Informationssysteme erlauben, Daten zu erfassen. Diese Daten müssen gespeichert werden, in einer geeigneten Form bearbeitet werden, verändert werden. Wir müssen in der Lage sein, die Daten zu analysieren. Am Ende müssen die Ergebnisse, aber auch die Daten selbst in irgendeiner geeigneten Form wieder dargestellt werden können oder herausgeladen, heruntergeladen werden können aus dem Datenbanksystem. Wir reden normalerweise von einem Ausschnitt der Welt, den wir modellieren wollen in einer Datenbank oder in einem Informationssystem. Zum Beispiel können wir von der Universität reden. Hier haben wir das Gebäude 47, lässt sich relativ einfach zeichnen. Das TU-Logo hier oben irgendwo drauf, sowas. Und da in dieser Verwaltung stecken natürlich Dinge darin, wie Informationen über Studierende. Das heißt, wir haben hier die Studierenden. Die sind in irgendeiner Form beschrieben durch sowas wie Name und die Matrikelnummer. Dann haben wir hier die Professoren. Die sind auch irgendwie beschrieben durch Name, eine Angestelltennummer und so weiter. Und diese Informationen sind oft in einem herkömmlichen relationalen Datenbanksystem abgelegt. Und die Datenbank in diesem Falle bietet die jetzt der Verwaltung an, Dinge hier zu modifizieren. Zum Beispiel, wenn sich die Adressen ändern, wenn sich die Semesterzahl verändert, wenn sich Professoren überlegen, neue Vorlesungen anzubieten, dann werden hier eben Einträge in dieser Datenbank verändert. Das ist ein typisches Beispiel für die sogenannten betrieblichen Informationssysteme, die das Geschäftsmodell und die Abläufe innerhalb eines Unternehmens, einer Universität oder einer allgemeinen Organisation eben widerspiegeln. Und diese Abläufe, zum Beispiel Vorlesungen anbieten, sich immatrikulieren und so weiter, diese werden durch das Datenbanksystem oder das Informationssystem unterstützt. Oftmals werden auch verschiedene Datenquellen integriert. Und wichtig in diesem Kontext natürlich, wenn Sie sich das Beispiel von der Universität noch mal vor Augen führen, wichtig ist, dass man hier eine Gewährleistung von Konsistenz hat. Und in diesem Kontext ist das Schlagwort ACID eben elementar, aber dazu später ein bisschen mehr. Ich habe schon in den letzten Sätzen, die ich hier gesagt habe, Informationssysteme mehr oder weniger synonym verwendet mit Datenbanksystemen. Denn in diesem Kontext der betrieblichen Informationssysteme sprechen wir mehr oder weniger immer von Datenbanksystemen. Da gibt es prominente Vertreter, zum Beispiel Oracle, IBM DB2, Microsoft SQL Server, Postgres, MySQL und so weiter. Und hier unten sehen Sie noch mal ein Beispiel, wie die Daten innerhalb eines traditionellen Datenbanksystems, eines relationalen Datenbanksystems ausschauen. Das ist auch ein Beispiel für ein Datenbanksystem oder ein Informationssystem. Das ist das System der TU KS Lautern für Prüfungsanmeldungen. Und natürlich, wenn Sie hierher gehen, in die Suchfunktion, Vorlesungen suchen, die Sie anmelden möchten für die Prüfung und so weiter, dann interagieren Sie hier mit einem Informationssystem, das eben die Verwaltung über Ihr Studium und Vorlesungen und so weiter anbietet. Ein typisches Beispiel für Informationssysteme im Sinne von traditionellen Datenbanksystemen ist eine Anwendung in einer Bank. Hier möchten Sie einen Kontostand von A lesen und dann 50 Euro von diesem Kontostand abziehen und auf das Konto B übertragen. Das ist natürlich ein ganz einfaches Beispiel. Sie sehen, Sie lesen erstmal den Kontostand, Sie reduzieren den Kontostand um 50 Euro, Sie schreiben den Kontostand zurück in die Datenbank, Sie lesen den Kontostand vom Konto B, Sie addieren dort 50 Euro und Sie beschreiben den Kontostand B zurück. Was jetzt hier passieren kann, ist natürlich, dass zu diesem Zeitpunkt beispielsweise oder zu diesem Zeitpunkt oder zu diesem Zeitpunkt die Datenbank abstürzt. Sie haben dann diese 50 Euro vom Konto A verloren, aber nicht gut geschrieben auf Konto B, weil dieser Wert noch nicht zurückgeschrieben wurde auf die Festplatte. Datenbanksysteme erlauben oder garantieren mit dem sogenannten Asset Paradigma vier Eigenschaften, Atomarität, Konsistenz, Isolation, Dauerhaftigkeit und diese Kriterien werden wir uns auch im Detail in dieser Vorlesung anschauen. Atomarität bedeutet im Prinzip nur, dass solch eine Transaktion, die wird man auch im Datenbanksystem Transaktion, nicht nur in der Bankanwendung, ist ja auch eine Transaktion hier, dass diese Transaktion entweder komplett durchläuft oder gar nicht, dass wir dürfen nicht sowas haben wie ein Teil läuft durch und der Rest ist unterbrochen. Konsistenz bedeutet, dass die Datenbank in einem konsistenten Zustand vorliegen soll und die Transaktion, die hier ausgeführt wird, diesen konsistenten Zustand nicht verletzt. Isolation bedeutet, dass, wenn Sie mit dem Datenbanksystem interagieren, dass Ihnen das so vorkommt, als wären Sie der einzige Benutzer oder die einzige Benutzerin, obwohl hundert oder tausend Personen gleichzeitig mit dem Datenbanksystem sprechen können. Dauerhaftigkeit bedeutet, dass, wenn die Transaktion abgeschlossen ist, erfolgreich abgeschlossen ist, dass die Änderungen, die durch die Transaktion vollzogen worden sind, dauerhaft, das heißt für immer in der Datenbank gespeichert sind, auch wenn die Datenbank abstürzt, das System abstürzt und neu gestartet werden muss. Ein total anderes Informationssystem, das Sie auch gut kennen, ist Google. Das ist eine Suchmaschine für Webdokumente und das hat wieder ganz andere Probleme oder Blickwinkel als ein herkömmliches Datenbanksystem, denn hier haben Sie eine riesen Anzahl von Dokumenten und sogenannte Anfragen in Worten, also termbasierte Anfragen. Zum Beispiel hier sehen Sie die Anfrage Britney Spears, die einige von Ihnen vielleicht noch kennen werden. Sie sehen auch, dass Britney Spears falsch geschrieben wurde und Google vorschlägt, ob Sie nicht vielleicht doch diese Schreibweise meinten. Dann sehen Sie hier, Sie haben 70 Millionen Ergebnisse für Britney Spears, die wurden in einer super schnellen Zeit gefunden. Natürlich möchten Sie hier nicht die 70.000 Treffer finden oder Treffer sehen, Sie möchten nur die besten Treffer finden und natürlich die besten Treffer aus 70 Millionen möglichen Treffern, die besten 20 Treffer hoffentlich beantworten, die die Frage, die sie hatten nach Britney Spears. Da schauen wir uns auch an in der Vorlesung, insbesondere wie man Dokumente in eine sinnvolle Reihenfolge bringt, dass die besten Dokumente oben stehen. Wir werden uns auch anschauen, wie man die Ähnlichkeit berechnen kann zwischen Worten im Sinne von Auffinden von Tippfehlern und der Korrektur von Tippfehlern. Das heißt, diese Vorlesung besteht aus zwei Teilen, einem kleineren Teil über Informationssuche, also Google im Prinzip, und Data Mining, und im zweiten Teil, im großen Teil traditionelle Informationssysteme im Sinne von relationalen Datenbanksystemen. Eine kurze Übersicht zu den Inhalten, Informationssysteme, der erste Teil, wir betrachten, wie Dokumente verarbeitet werden, was Distanzmaße sind, zwischen Zeichenketten, also genau dieses Tippfehlerproblem, dann Präzision und Recall, wenn ich so eine Ergebnisliste bekomme und sehe dann gute Treffer und schlechte Treffer, wie kann ich dann berechnen, also Aussagen, wie gut diese Ergebnisliste ist. Das macht Präzision und Recall, dann das Bullshit-Modell, Vektorraum-Modell und hier YDF, das sind Methoden, die es uns erlauben, Dokumente in eine Reihenfolge zu bekommen, und hoffentlich stehen dann die guten Dokumente, wie hier in dem Beispiel, wenn die grünen Dokumente die guten Dokumente sind, hoffentlich finden wir die oben in der Rangliste und sind zufrieden mit unserer Suchmaschine. Dann weitere Aspekte, Vielfalt und Neuheit, das heißt man möchte nicht Dokumente hier oben stehen haben, die alle sehr ähnlich sind, sondern man möchte eine Diversität haben, wie kann man das berechnen und wie kann man Ähnlichkeit zwischen Dokumenten überhaupt ausdrücken. Dann ein Ansatz, der nennt sich Latent Semantic Indexing, da möchte ich jetzt gar nicht viel zu sagen, und dann abschließend für das Kapitel der PageRank-Ansatz, den die Gründer von Google 1998 publiziert haben, der berechnen kann, welche Aussagekraft und Autorität unterschiedliche Webseiten haben. Dann zum Teil Data Mining, Warenkorbanalyse, also Frequent Items at Mining und das Herausfinden von Association Rules. Zum Beispiel könnte man, wenn man Warenkorbe betrachtet im Supermarkt, herausfinden, dass das Bier und Orangen, die diese Menge sehr oft zusammen gekauft wird. Und man könnte als Regel auch noch herauskriegen, dass wenn Windeln gekauft werden, dass dann auch oft Bier gekauft wird. Das wäre so ein Beispiel für eine Regel und ein Frequent Items at Mining oder ein häufiges Item set. Aber dazu später auch mehr. Und dann am Ende des Kapitels noch Clustering, ganz kurz mit dem berühmten Kamins-Algorithmus, mit dem wir Datenpunkte in Cluster einteilen können. Okay, gut. Das war das Kapitel Übersicht über das Kapitel Informationssuche, ganz kurz nur. Das ist auch das erste Kapitel, das wir betrachten werden. Und wie gesagt, im zweiten Kapitel dann Datenbanksysteme. Das ist ein bisschen länger, das Kapitel Datenbanksysteme. Wir betrachten Entity Relationship Modellierung. Das heißt, wir werden uns dann überlegen, wie kann man die reale Welt modellieren. Zum Beispiel kann man hier Studierende haben. Und wir haben auch Vorlesungen. Das sind sogenannte Entitäten. Und jetzt zwischen diesen Entitäten, die sind verbunden durch eine Relation. Und in diesem Fall könnte das die Relation höheren sein. Die diese beiden Entitäten verbindet. Wenn wir sowas modellieren, natürlich kommen noch viele andere Aspekte dazu. Professoren halten hier Vorlesungen. Wir haben hier auch noch Professoren. Das war die falsche Farbe. Wir haben hier also Professoren. Das sind auch Entitäten. Und hier hat man dann die Relation Lesen, die eben diese Professoren mit den Vorlesungen verknüpft. Dann betrachten wir das Relationale Modell. Das ist im Wesentlichen, wie kommt man jetzt von diesem Schaubild in die Welt der Relationen, also Tabellen im Wesentlichen. Das sind dann diese einzelnen Entitäten, aber auch die Relationen überführen. Wir werden uns auch betrachten, was gute Tabellen sind. Also wo der Entwurf von diesen Relationen, wie man die bewerten kann, in gut und schlecht, anhand von Dingen wie Redundanzfreiheit und so weiter. Das kommt im Kapitel Entwurfstheorie. Dann möchten wir auch Möglichkeiten haben, diese Tabellen oder Relationen anzufragen. Das heißt, um zum Beispiel alle Studierenden zu finden, die in dem Semester größer als zwölf sind. Und wenn wir so eine Relation haben, die nennen wir S, da sind alle Studierenden drin, dann kann man hier mit so einem Operator, der sogenannte Selektionsoperator, auf dieser Relation mit dem Prädikat Semester größer als zwölf, alle die Studierenden rauskriegen, die im Semester größer als zwölf sind. Aber dazu auch später mehr. Es gibt eine Menge von diesen Operatoren und wir werden sehen, wie man die verknüpfen kann, um recht komplexe Anfragen auszudrücken. Dass diese Operatoren fallen in das Gebiet der Relationalen Algebra, es gibt aber noch andere Möglichkeiten, Anfragen zu stellen. Insbesondere natürlich mit der Standard Query Language SQL, die wir im Detail auch kennenlernen werden. Weitere Aspekte sind Sichtendefinitionen, warum die notwendig sind oder hilfreich sind und fortgeschrittenere Anfragen in SQL, die sogenannten Fensteranfragen und Rekursionen. Dann möchte man natürlich auch mit einer Anwendung, zum Beispiel in Java geschrieben, auf Datenbanken zugreifen. Da gibt es zum Beispiel das JDBZ-Interface, das dies erlaubt, das wird uns auch anschauen, auch in praktischen Beispielen, in der Übung und so weiter. Es gibt auch benutzerdefinierte Prozeduren, wo Sie Programmcode schreiben können, der in der Datenbank direkt gespeichert wird und auch Dinge wie Trigger und Bedingungen, die Sie an die Datenbank stellen können, zum Beispiel, dass eine Vorlesung einen Dozenten haben muss und der Dozenten muss benannt sein. Das heißt, man darf keine Vorlesung haben, die einen nicht spezifizierten Dozenten hat, zum Beispiel. Ein Beispiel für einen Trigger wäre, Sie haben eine einführende Informatikveranstaltung und wenn ein Student sich einschreibt oder eine Studentin, wird automatisch dieser Studierende in diese Vorlesung eingebucht werden. Anfrageverarbeitung beschäftigt sich dann mit dem Problem, wie effizient diese Anfragen, die wir in SQL schreiben können oder in relationaler Algebra schreiben können, ausgeführt werden. Wie kann man überhaupt erlauben oder garantieren, dass das Datenbanksystem effizient arbeitet? Das sind die sogenannten Indexstrukturen elementar. Wir werden hier den berühmten D-Plus-Baum anschauen und auch ganz kurz Hashing betrachten. Auch ganz kurz zur Anfrageoptimierung, Kostenschätzung und regelbasierte Anfrageoptimierung betrachten und zu guter Letzt Transaktionskonzept, diese Asset-Regeln und wie man es erlauben kann, dass mehrere Benutzer gleichzeitig auf die Datenbank zugreifen können. und was passiert auch nur ganz kurz, wenn die Datenbank abstürzt, wieder anläuft, wie kann man garantieren, dass die Daten nicht teilweise, sondern komplett und dauerhaft und konsistent im Datenbanksystem gespeichert worden sind. Okay, nun zum Organisatorischen. Es ist auch wichtig zu beachten, insbesondere die Regeln zur Übung, zur Klausurzulassung. Die Vorlesung selbst hat vier Semesterwochenstunden und gibt Ihnen acht Gretelpunkte, also eine große Vorlesung. Gegeben der aktuellen Situation werden wir Lehrvideos anbieten, also die Vorlesung wird nicht stattfinden im Hörsaal wie in den letzten Jahren. Es wird eine Sprechstunde geben pro Woche, die ich Ihnen anbiete. Sie können da Fragen stellen, aber auch in anderen Formen Fragen stellen online, unabhängig von dieser Sprechstunde. Wir werden genaueres in OLAT noch ankündigen. Es gibt zwei Semesterwochenstundenübungen. Wir haben jede Woche eine Übungsstunde oder mehrere Übungsstunden. Wir haben den Herrn Dossinger als Übungskoordinator, der Mitarbeiter in meiner Arbeitsgruppe und die Übungsgruppenleiter Nadine Kärcher, Nils Altenhofen, Marc Dörr und Patrick Hansert. Wir werden eine Reihe von Tutorienterminen anbieten. Auch diese werden online stattfinden mit Videokonferenzmöglichkeiten, wo Sie Fragen stellen können zu dem Übungsblatt. Dazu später noch mehr. Es wird Klausuren geben, hoffentlich. Es ist aktuell noch nicht ganz klar, wann und wie das ablaufen kann. Ich hoffe, es wird alles wieder regulär stattfinden. Ab spätestens Ende Juli, wenn wir normalerweise die Klausuren haben. Wir werden zwei Klausuren anbieten in diesem Semester. Wir werden also keine Klausur anbieten im Wintersemester. Das heißt, wenn Sie jetzt die Klausurmöglichkeiten haben im Sommer, es gibt zwei Möglichkeiten, aber es gibt keine im Frühjahr 2021. Das ist wichtig zu merken. Für die Zulassung zur Klausur braucht es eine erfolgreiche Teilnahme am Übungsbetrieb. Das werden wir auch gleich sehen. Denn es gibt zwölf Übungsblätter insgesamt. Wir werden die wöchentlich ausgeben und die Werte in der folgenden Woche besprochen werden. Diese Übung ist organisiert über OLAT. Den Zugangscode sehen Sie hier, Integer. Auf diesen zwölf Übungsblättern gibt es insgesamt 40 Aufgaben, die Sie in Vorbereitung auf die Übung oder die Klausur auch lösen müssen. Wenn Sie die Lösung komplett richtig haben, bekommen Sie jeweils einen Punkt. Das heißt, am Ende gibt es 40 Punkte zu erreichen und Sie müssen 30 Punkte erreichen, um die Klausurzulassung zu erhalten. Abgabefrist für jedes Blatt ist in der Regel Montag um 10 Uhr morgens. Dort müssen Sie die Aufgaben als PDF-Dokument hochladen, den OLAT. Je nachdem auch Programmcode, wenn das Blatt eben dies fordert. Die Abgabe erfolgt idealerweise in Zweiergruppen, nicht mehr als zwei. Sie können auch alleine abgeben, aber es ist zu empfehlen, dass Sie hier einen Übungsgruppenpartner oder eine Partnerin suchen. Die Punkte werden nach der Abgabe von den Indrukturen vergeben. Das heißt, es ist nicht so wie im letzten Jahr oder in Jahren zuvor durch die aktuelle Situation, dass Sie irgendwie präsentieren müssen in der Übung. Die Übung findet ja nicht statt, zumindest nur online, nicht in dem Hörsaal oder in dem Seminarraum. Das heißt, in diesem Jahr werden die Punkte durch die Tutorin vergeben. Diese geben volle Punkte, das heißt, einen Punkt pro Aufgabe, wenn die Lösung korrekt ist und vollständig. Und halbe Punkte, wenn die Lösung ausreichend korrekt ist. Das heißt, Sie bekommen einen Punkt oder 0,5 Punkte. Und am Ende müssen Sie sich diese eben aufsummieren auf 30, damit Sie die Klausurzulassung erhalten. Die Abgabe, die Sie hochladen, dient als Grundlage für die Übungen. Die Tutoren werden versuchen, dies so gut dass die Stunden zulassen, die verfügbare Zeit der Tutorin zulässt, diese zu korrigieren und Feedback zu geben. Allerdings, da dies auch begrenzt ist, dient die Abgabe hauptsächlich dazu zu kontrollieren, dass Sie die Aufgaben bearbeitet haben und auch für uns zu sehen, was so typische Probleme sind, die dann in den Sprechstunden, in den Übungsstunden online nochmal vertieft werden können. Ein wichtiger Punkt ist, dass Sie vermeiden sollten, bitte vermeiden sollten, Übungen abzuschreiben von anderen Gruppen oder auch von den Musterlösungen der vergangenen Jahre. Wenn wir sowas feststellen, werden die betreffenden Gruppen vom Übungsbetrieb ausgeschlossen und können nicht in der Klausur teilnehmen, natürlich. Also das ist ein wichtiger Punkt. Das klingt immer ein bisschen hart und eigentlich soll das gar nicht passieren, aber jedes Jahr müssen wir das leider hin und wieder feststellen bei vielleicht einer Handvoll Gruppen. Also tun Sie das nicht. Vorlesungsfolien werden zu Beginn des Semesters via OLAT veröffentlicht. Das ist ein großes PDF und basierend auf diesen PDF-Folien werden wir Lehrvideos erstellen, die auch in OLAT verlinkt sind. Diese werden nach und nach veröffentlicht. Die Übungsblätter werden bis spätestens dienstags auch in OLAT hochgeladen und die Abgabe auch in OLAT muss dann eben Montagmorgen erfolgen, den Montag darauf. Der Abgabetermin ist auf dem Übungsblatt nochmal explizit angegeben. Nach der Abgabefrist und so vor den Tutorien natürlich, wird es ein Video geben, in dem die Lösungen besprochen werden. Dieses Video wird ebenfalls in OLAT hochgeladen werden. Und dann kommen die Übungsgruppen ins Spiel. Die Redaktoren werden da Sprechstunden anbieten, aber näheres, wie das genau stattfindet, mit welchen Techniken und wann genau auch das wird in OLAT bekannt gegeben. Noch kurz zur Literatur. Zum Kapitel Informationssuche gibt es hier ein schönes Buch, das sollte auch mehr oder weniger komplett online verfügbar sein. Das ist von Manning, Raghavan und Schütze Introduction to Information Retrieval. Das ist ein englisches Buch. Das sollte aber heute nicht das Problem sein. Da gibt es die Beispiele, die wir auch in den Übungen benutzen. Die Technologien werden da auch beschrieben. Das sollte sehr hilfreich sein zusätzlich zu den Lehrvideos und den Folien. Allgemein möchte ich sagen, sage ich jedes Jahr, manchmal denke ich, es wird grundsätzlich ignoriert, von den meisten zumindest, aber ich möchte es trotzdem noch mal sagen, Sie haben es ja noch nicht gehört von mir, lesen Sie Bücher. Die Vorlesungsfolien und auch das Anschauen der Videos oder vormals eben den Besuch der Vorlesung ist kein Ersatz für das vollständige Verständnis der Folien, wie es die Lektüre eines guten Buches sein kann. Wenn Sie Schwierigkeiten haben und die Inhalte zu kompliziert sind, auf den ersten Blick, schauen Sie in Bücher. Die meisten dieser Bücher sollten auch frei verfügbar sein, in großer Anzahl in der Bibliothek und wie dieses Beispiel hier ist es auch online für alle verfügbar. Im Beta-Mining-Kapitel habe ich hier drei Bücher rausgesucht, natürlich ist es nicht notwendig, alle diese Bücher zu kaufen oder auszuleihen. Diese Bücher sollten auch zum großen Teil online verfügbar sein, insbesondere die relevanten Kapitel wie in diesem Buch hier oben sind online verfügbar. Das heißt, auch da kann man ohne Probleme nachlesen, wenn Schwierigkeiten auftreten. Literatur für Datenbanksysteme, da gibt es hier in grün hervorgehoben den Klassiker von Alphons Kemper und Andreas Aikler, Datenbanksysteme einer Einführung, da gibt es auch viele Exemplare von der Bibliothek, dann zu den Implementierungsaspekten, das ist nicht so extrem relevant für diese Vorlesung, das ist eher für Datenbanksysteme im Winter, wo man mehr ins Detail geht wichtiger, das Buch von Theo Herder und Erhard Rahm, Datenbanksysteme, Konzepte und Techniken der Implementierung, dann gibt es noch von Elmasri und Navate, Grundlage und Datenbanksysteme, Datenbanksysteme, und das Buch von Ramakrishnan und Gerke, Database Management Systems, das sind Bücher, die man gut lesen kann für einen Einstieg. Es gibt noch weitere Bücher natürlich, das ist keine Frage, aber ich denke für die Vorlesung hier würde im Prinzip hier dieses recht einfache Buch von Kemper und Aikler ausreichen. Gut, das soll es gewesen sein als kurze Einführung, als Überblick, was Sie jetzt in den nächsten Videos sehen, sind dann tatsächlich die Inhalte der einzelnen Kapitel. Ich hoffe, die Regularien ergeben Sinn, weil Sie Fragen haben zu den Regularien insbesondere, aber auch zu den Inhalten in den nächsten Videos. Sie haben verschiedene Möglichkeiten, Fragen zu stellen in der Sprechstunde zum Beispiel oder auch in OLAT und weitere Möglichkeiten werden wir Ihnen im Laufe des Semesters durch OLAT ankündigen.